Herzlich Willkommen Ist dein Moment nicht... Hast du... Ne... Ja, Herzlich Willkommen Zur... Ne, zur 0.01 Ist grad Gratis auch noch Gründbuch ich auch nicht Special Version Ends Recode Starten Werflux Kompensator Ne... Hat er gesehen? Als Ladezeichen Ich hab das Spiel noch nie gespielt Ich weiß, dass ich schon was hält habe Aber ich hab's ja noch nie gespielt Wieso, was ist das? Wieso, was ist das? Ne... Natürlich, ja Wieso? 1 erst mal Oh, ne Es ist an der Zeit Ok, ich dachte da kommt jetzt ein krasses Intro oder so Ne... Ja, klar Ich bin ja noch Unerfahren Okay Alright, ich bin bereit Ich bin ja Dr. Emmett Brown Ich bin auf der Parking lot auf Twin Pines Mall Es ist Saturday morning October 26th 1985 1.18 am Und das ist Temporal Experiment Nummer 1 Komm an, Einie Hey, hey, boy Get in there Atta, boy In you go Get down Get your seatbelt on That's it Woah, woah Woah, woah Okay Please note that Einstein's clock is in precise synchronization with my control watch Got it? Right, check Doc Good, have a good trip Einstein Watch your head You got that thing hooked up to the... car? Watch this Yeah, okay Got it Not me, the car, the car If my calculations are correct When this baby hits 88 miles per hour You're gonna see some serious shit Watch this Watch this Watch this When I tell you 88 miles per hour The temporal displacement occurred at exactly 1 20 am and zero seconds Sekunden! Doc, wer war das? Calm down, Marty! Ich habe nichts verabschiedet. Die Strukturen von Einstein und der Korps sind komplett intact. Wo sind sie denn? Die Frage ist, wann sie denn? Sie sehen, Einstein hat gerade den ersten Tag des Weltkriegers geworden. Ich habe ihn in die Zukunft. Eine Minute, in die Zukunft zu sein. Und in genau 21.00 Uhr, in 0 Sekunden, wir werden ihn mit ihm und die Zeitmaschine verabschieden. Warte mal. Warte mal, Doc. Was hast du gesagt? Eine Zeitmaschine? Wie ich sehe, wenn du eine Zeitmaschine verabschiedet hast, warum nicht das mit einer Art Art? Außerdem, die Stainless-Steel-Steel-Konstruktion hat die Fluss-Diespersal... Warte mal! Warte mal! Warte mal! Uh, Doc? Ah, das ist verabschied. Uh, wo ist das Auto, Doc? Das sollte mit uns gelungen haben. 20 Sekunden. Oh. Doc, uh, w-w-w-w-what hat mit Einstein? Kein Grund für Warte. Es ist wahrscheinlich nur eine Minor-Mischalibration auf dem Zeit-Circuit. Marty, können Sie meinen Notebook bekommen? Es sollte in der Schraubchen sein. Okay. Das ist also dann das Erste, was wir hier machen. Oh, die Steuerung. Na, ist klar. Ich kann nur einen Stick benutzen, Leute. Ja, Moin, Leute. Erstmal. Notebook, Notebook. Ich bin der Fluss-Circuit. Das war's y3! Mhm, noch das füryou! Das war's, Herr. Warte mal, was ein Fluss-Circuituit? Meine von der Schraubchen? Das, was gibt es ein Zeit-Circuituit. In dieser Notebook, habe ich das, was über drei Jahrzehunderschutzen von derstenque Schöne-Kircuit-Lich um eine Ersetzungs-Machina-Gart. Wenn das alles lege, wären die Geräte, sich die Veränderungs-Kircuitigen Allerf-Diespersal! Okay, das ist jetzt ein bisschen komisch. Da fehlt doch ein Stück. Let's see, ist mass equals I times Z and E equals the square root of Z times C squared. And the flux dispersal rate is inversely proportional to the fourth root of N carried by N. Um, doc, shouldn't we get out of here before the Libyans show up? Ah, ja, wo sie den im Film erschossen haben, Mann. Uh, Duck? Great Scott! Duck, what is it? I've made a horrible mistake! What? Duck! Duck! No! I'm sorry, Marty. Duck! Come back! Duck! What? I don't know that from the film. Marty, is everything okay? Yeah, Mom. I... It was... It was just a nightmare. I was in the past, and... Doc was there. Well, you're safe and sound now. Back in good old 1986. But you'd better get up. Your father's waiting for you. Huh? Weren't you going to meet him over at Doc's? Holy crap! I'm late! Ja, und damit herzlich willkommen zu... Zurück in die Zukunft... ...dem Spiel. Jetzt geht's also richtig los. Folge 1... Das ist an der Zeit. Ah, hier von Einstein der Futternapf. Ah, das ist also beim Doc. Ziemlich gut übernommen. Ziemlich gut übernommen, muss ich mal sagen. So die Bude. Ach, und wer von euch kann sich noch in Sinn, wo die Filme rauskamen? Boah. Hä? Better late than never. You wouldn't believe, how much rare stuff there is back here. That's Doc's stuff. The city has no right to... Now, son, I know you're upset, but your friend's been gone for months, and the city really seems hellbent on using his land. For that new parking garage, and hey, is that a first edition Jules Verne? It's just not fair. But at least things can't get any worse. Hey Marty. Oh, Biff. Hi, Biff. Come to see if the old crackpot had any buried treasures? Nah, I guess I'm just... Gönnt sich erstmal ne dose. Remembering. Wähle Objekt im Labor aus, um sicher zu gehen, dass der Doc hier nichts gefährliches vergessen hat. Okay. Hey, lass mich! Now, Biff, leave Marty alone. This is a very emotional time for him. Oh, sure. Sorry, Marty. Hey, 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 hey. Ich weiß, uh, was he udah aint bit. Hey, Marty. Hey, 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 hey. Hey, hey! Hey, 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 hey! Was? Nein. Das ist armer. Okay, die Steuerung ist mega. Die ist echt mega. Docs Sachen werden versteigert. Du solltest besser das Labor durchsuchen. Damit nichts Gefährliches ändert. In falsche Hände gerät. Etwa die vom Büffi. Ah, okay. A fish tank? I never knew Doc raised fish. Docs fish and weird taste in decor. I kinda like Doc. Hm. Does nature contribe it? So that even with a time machine, you can intervene to prevent your own conception for example. Hm. Okay. Da ist auch noch was, was ich auswählen kann. Aber da steht der Vater davor. Ja, moin. Äh. Ne. Ja. 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 Wenn du Hilfe brauchst, ja, okay. Ziemlich viel Kraft. Hm, nötig und biff das. Hm. Ziemlich viel Kraft wäre nötig, okay. Kraft. Kraft, 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 na. Niii. Kraft. Hey, lass mich probieren, Marty. Krass. Jetzt, biff, lass Marty sein Turn haben. Du hast es, Mr. McFly. Super. Wir brauchen also das Mundell. Ich spreche ihn noch mal an. Hey, biff. Hm. Hm. Hm 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 hm. How much? Not enough. Shit. Ich bin nur das, aber... Ich bin nur das, weil... Ich bin nur das, weil... Es ist wie ein Stück von Doc. Doc ist tot. Ich bin nur das. 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 Nicht genug. Ich kann nur das. Ich kann nur das. Es wird gefährlich. Wie ist es? Es wird sich explodiert oder was? Nein, das wird es so. Ich kann nur das. Wir müssen mal sehen, irgendwie... Gucken. Ah, warte mal. Danke. Danke. Nein. Kann ich aber auch nicht benutzen oder so. Und dahinter komme ich nicht. Ich muss da irgendwie rankommen. Vielleicht nochmal mit Dad reden? Kann ich nicht. Das ist zu super. Tür. Steins Napf. Ich brauche dieses Buch noch. Achso, das ist alles, was ich schon gemacht habe. Stärke. Ich kann aber auch nicht. Was ich nicht verstehe, bei Biff kann ich zigmal interagieren, aber... ... 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